Hallo, grüßt euch. Spielen wir mal zuerst den Trailer ein. Okay, also ich hatte, also heute haben wir den vierten neunten 2019. Gestern war natürlich dann dem gemäß der dritte neunte und dadurch ein richtig geiles Erlebnis gehabt. Ging wieder um Chemtrails und der Hauptfilm wird nicht großartig lang sein. Aber ich bin jetzt mal wirklich Zeuge geworden, per Zufall auf dem Balkon. Und wenn ihr es schauen wollt, eben Bitschut, VK, Telegram. Tschüss. Tja, und das natürlich auch, ihr Lieben. Es gibt immer Probleme, wenn ich auf YouTube was hochlade. Das gibt keine Probleme, aber das dann bei WagenzTV reinstelle. Und man kann sich dann den Trailer schon angucken. Aber der Trailer ist ja nicht der Hauptfilm. Das heißt, ihr müsst ja dann immer einen Link kopieren, entweder zu Bitschut, VK oder Telegram. Und wenn ihr diesen Link kopiert und bringt ihn bei euch in die Browserzeile mit rein, ist da sehr oft eine Leerstelle dabei. Ja, das ist ziemlich ätzend. Das Ganze dann gebe ich zu. Und da müsst ihr halt aufpassen. Und ich muss jetzt heute auf Bitschut auch nochmal ein Video nochmal hochladen. Denn es hat mit den irgendwie Aufrufzahlen, das blieb wirklich immer bei 1 stehen. Ich war mal bei 8 und dann wieder 1 und 1 und dann habe ich es rausgenommen. Aber ich habe es jetzt auch insofern ein bisschen verändert, weil ich einfach denn alle Videos auf Bitschut, der Link ist drin. Das heißt, selbst wenn mal eins gelöscht wird, ist es nicht dramatisch. Es kommt wieder rein und ihr könnt es euch dann auf jeden Fall angucken. Aber Telegram funktioniert auch auf jeden Fall. Jetzt hoffen wir eben dann noch, dass die Qualität dann für das zu zeigende Moment dann im Hauptfilm, dass die Qualität auf Bitschut, VK und Telegram ausreichen. Ich danke euch. Ciao.